Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Montag zu einer weiteren Ausgabe hier von der Kornwelt. Und bevor wir starten, möchte ich gerne noch zwei, drei Sätze sagen. Einmal möchte ich allen Menschen, die in dieser Katastrophe, die wir hier in Nordrhein-Westfalen gehabt haben und die einen geliebten Menschen verloren haben, mein allerherziges Beileid ausdrücken. Und ich möchte auch an die Menschen denken, die neben den menschlichen Tragödien, die es dort gegeben hat, die also Menschen verloren haben, die aber auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, auch denen möchte ich gerne gedenken in diesem Video. Und ja, mein tief empfundenes Beileid ausdrücken, weil im Endeffekt, es ist eine riesen Naturkatastrophe und wir haben hier bei uns, muss ich sagen, riesen, riesen Glück gehabt. Ich sage mal, ich wohne am Berg, also oben auf dem Berg und das heißt, das Wasser fließt an uns vorbei. Wir haben auch hier schon mal den Keller unter Wasser stehen gehabt, um Gottes Willen, aber ist dieses Jahr wirklich nichts passiert. Aber auch bei uns ist es so gewesen, dass es in der näheren Umgebung den einen oder anderen Einsatz gegeben hat. Aber ja, wir sind hier relativ verschont geblieben, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem möchte ich halt mal kurz an die Menschen denken, die halb alles verloren haben. Und es tut mir echt unendlich leid. Und ja, ich hoffe, dass ihnen geholfen wird, auch schnellstmöglich und das auch relativ unkompliziert, weil das ist eine wirklich schlimme, schlimme Katastrophe gewesen. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Kornwelt und zu einem erfreulichen Thema, denn ich möchte auch gerne ein bisschen Ablenkung geschaffen. Und ja, es wird, wenn dieses Video erscheint, ein neues Update geben. Ob es dann das ist, was ich jetzt vorstelle, kann ich noch nicht sagen oder das, was ich jetzt sage, ob das dann wirklich so ist, weil wie gesagt, noch ist es nicht fertig. Aber wir werden uns jetzt das Ganze mal eben kurz anschauen. Gehen wir eben hier rein. So, dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir hier auf Kornwelt Beta. Dann gehen wir hier auf Laden. So, und jetzt haben wir hier schon mal Feld 55, 35, 36 und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Es wird hier komischerweise, wenn ich das jetzt so lade, ja, nicht angezeigt. Warum auch immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist da. Ich habe schon geprüft eben. Ich habe also noch einige Fehler diese Woche behoben. Es waren also Kreuzungen dabei, wo, ich sage jetzt mal, mal, ich zeig das mal eben kurz. Machen wir eben hier eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte hin. So, machen wir die mal eben weg. So, und zwar habe ich die Kreuzungspunkte so verbunden. Das funktioniert zwar, aber dann ist Autodrive hingegangen. Das habe ich ja festgestellt. Wenn er dann irgendwie drehen wollte, ist er von hier aus da rüber gefahren. Und das sollte er ja nicht, weil er sollte ja eigentlich nur diese Richtung fahren oder diese Richtung fahren, aber nicht von da nach da abbiegen. Das habe ich noch behoben. Da habe ich noch die eine oder andere Stelle gefunden, auch auf Feldwegen. Also von daher, ja, ist aber jetzt behoben, dass ich die Stelle nicht gefunden habe. Solltet ihr noch mehr von diesem Punkt finden, dann meldet mir diese bitte. Weil, ja, das ist nicht gut. Vor allen Dingen, die Berechnung von Autodrive verkompliziert das Ganze. Und, ja, von daher ist es nicht unbedingt so ratsam. Dann gibt es mittlerweile auch einige Feldwege, die ich schon umgestellt habe. Und das zeige ich euch jetzt gerade nochmal. Da bin ich auf Nebenstrecke. Das hat einen ganz komischen Effekt, muss ich mittlerweile feststellen. Das kann man gar nicht machen. So, also hier ist das schon umgestellt. Und das ist ja mittlerweile mit der neuesten Version, mit der 1.1.1.4, relativ einfach, diese Wege hier umzustellen. Ja, man muss halt wissen, wo man darauf klicken muss. Jetzt haben wir sicher noch ein Autodrive-Video zu machen. Wie man das Ganze macht, ist relativ simpel und einfach. Und dann sind diese Feldwege nebenstrecken. Weil ich möchte also nicht, wenn er jetzt zum Verkaufen fährt oder ins Sägewerk fährt, dass er die Feldwege fährt. Hallo, das gehört sich nicht. Aber der komische Nebeneffekt ist, wenn ich den jetzt von hier aus zum Feld 32 schicken möchte. Ich mach das jetzt mal. So, Abfahrer, hopp, Feld 32 schicken wir mal hier. Und sag jetzt hier, okay. Dann fährt er jetzt seltsamerweise da hoch. Ich hab das gestern getestet, da ist er nämlich nicht da hochgefahren. Jetzt machen wir das. Okay. Das ist so der typische Vorführeffekt. Und, äh, ja. Also, es sind mittlerweile angeschlossen. In dem Augenblick, wo ich jetzt dieses Video erstelle, sind folgende Felder alle angeschlossen. Also, hier oben diese Insel, die war ja schon fertig. Diese Insel war ja auch schon fertig. Das war ja bekannt. Diese Insel hier unten ist auch fertig. Und auch die Bahnsilos sind hier angeschlossen. Hier unten bin ich noch bei, was ich jetzt hinzugefügt habe, ist nochmal Feld 50, Feld 45. Feld 35 ist fertig und Feld 36 ist fertig. Feld 29, 30, 31 sind auch fertig. Was nicht fertig ist, ist hier unten das Güterbahnhof, äh, Güterbahnhof, Lager, Feld 29. Das ist immer noch nicht fertig angeschlossen, weil ich da erst noch, ja, den Punkt sehen muss. Den sehe ich noch nicht. Wenn ich jetzt hier draufgehe, hier ist nämlich noch das Alte. Und das ging ja hier nicht. Und, äh, das habe ich geändert. Aber in der Version, die ich im Moment hier aktuell spiele, ist das noch nicht verbaut. Daher kann ich das auch hier nicht ändern. Aber, wie gesagt, also, Feld 36 ist fertig, 35 ist fertig. Aber nur einfach. Was meine ich jetzt mit nur einfach? Es gibt einen neuen Ordner. Und der heißt ADA plus DCP. Wie seht ihr das? So, und da, das, für dieser Ordner ist dafür zuständig, wenn man also mit Autodrive abfährt, also eine Autodrive Abfahrer plus Drescher Curseplay, dann muss man diesen Ordner aufmachen und dann kann man hier diese Einstellung vornehmen. Das werde ich noch für alle Felder aktualisieren. fahre jetzt mal eben, auch wenn ich das jetzt nicht gehört, und ich immer schimpfe mit anderen. Aber es ist einfacher, wenn ich das eben zahre. Ich möchte es hier zeigen. Wir fahren mal eben hier rum. Einmal Zeit. Kein Problem. Andy stellt mal eben kurz die neuen Autodrive vor. Aber da werde ich jetzt ja wahrscheinlich auch nochmal ein separates Video zu machen. Na, fahr doch mal hier. Komm. In der Zeit, vor der jetzt da hochfährt, können wir mal eben schnell gucken, wie dann der Felsstatus ist. So. Da ist Geflügt. Ach, da, oh, ach, da müssen wir auch noch. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ach, du Arsch. So. Mal gucken hier. Zack. So. Das heißt, hier müssen wir noch düngen. Da müssen wir noch düngen. Okay. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen was vor uns. So. Feld 49 muss auch nochmal gedüngt werden. Hier oben ist auch nochmal Dünger drauf. Aber da müssen wir nochmal drauf tun. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Werden wir auch jetzt in den Folgen, die dann heute und morgen und übermorgen und überübermorgen und ach. Ja. Also es wird jetzt ein paar Folgen mehr geben die nächsten Tage. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also so ist es zumindest geplant. Mal gucken, ob das noch alles so kommt. Aber geplant ist, dass also jetzt die Folgen, die in der einen Woche ausgefallen sind, dass die jetzt die nächsten Tage alle nachgeholt werden. Würde ich allerdings über zwei, drei Wochen jetzt erstrecken, weil ich auch nicht so viele Videos innerhalb von 24 Stunden veröffentlichen kann. Dann würde die Benachrichtigung wegfallen. Und das möchte ich dann doch nicht. So. Ihr seht also auch hier, habe ich das schon geändert. Hier sind also jetzt Nebenstrecken. Und die Kurse werde ich also dann auch auf Mod Hoster zur Verfügung stellen. Diese Autodrive-Kurse werde also das dann mal dort aktualisieren. Wenn dann jetzt alle Felder auch angeschlossen sind, dass also das Feld, also die Autodrive-Kurse erstmal komplett sind. Dass wirklich jedes Feld angeschlossen ist. Und dann wird es im Nachgang noch Updates geben. Ich werde also noch das eine oder andere ändern. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal alles fertig kriegen. Und wenn dann alles fertig ist, weil im Endeffekt, seitdem die Karte veröffentlicht worden ist, sind wir schon zwei Monate rum. Ich habe jetzt zwei Monate gebraucht, um wie dieses Autodrive-Kurse aufzunehmen. Also von daher, ja. So, Feld 27. So, ihr seht, hier gibt es einige Ausfahrten. Ich habe ja klar jetzt den schnellsten Traktor genommen, den wir haben am Hof. Wenn ich auch einen nehmen kann, der 73 fährt. Sehr schön. Warum sind hier eigentlich keine Palmen? Keine Bäume. Das ist aber auch mal komisch. Ah ja. Kommt Zeit, kommt Fahrt, kommt Sonnenschein. So, jetzt sind wir hier schon mal bei Feld. Rupert. So, jetzt fahren wir mal hier runter in den Süden. Na komm schon. Ja, also heute ist bei uns, also am heutigen, also wo ich aufnehme, haben wir noch Samstag. Ja, nach vielen, vielen Tag. Hups. Hups. So, sorry. Guckt mal eben weg. So. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Ja, ich weiß, es tut gar nicht. Gehen wir eben weiter hier. So, ihr seht also, ne, auch hier wieder immer nach einer gewissen Zeit kommen dann hier Ausfahrten, so dass der also nicht bis zum Ende immer hier hinter dem Drescher hertuckelt, wenn er dann abfahren muss, sondern, dass er vorzeitig dann hier nochmal ja, das Feld verlassen kann. Ich hoffe, das funktioniert doch nicht alles so, wie es sein sollte. So. Hier ist halt im Moment so, dass das hier noch nicht so angeschlossen ist, wie es sein sollte. So, jetzt haben wir hier Feld 30. Mal gucken. Das ist jetzt, wo können hier die Abzweigen hier kommen. Ah. So. Hier schon mal ein Fehler. Okay, der kann hier korrigieren. So, Feld 30 Abfahrer. Oh. So. Und zwar habe ich die Abfahrer mittlerweile auf die Feldwege gesetzt. Das hat folgenden Hintergrund. Ich möchte also nicht, dass also der Drescher oder der Traktor ja, ein bisschen kurz vor das Feld fährt und dann vielleicht unter Umständen noch ins Feld fährt und uns dann unsere Ernte kaputt macht. Daher stehen die jetzt hier vorne. Ihr seht auch, hier kommt nochmal der, der, der Kurs vom Feld runter, so, dass also im Endeffekt die also auch nicht blockiert werden, wenn also hier ein Abfahrer stehen sollte, den wir vielleicht zusätzlich noch losgeschickt haben. Das ist schon mal das Erste. Zum Zweiten gibt es jetzt, ihr seht hier, viele, viele Punkte. So. Und hier gibt es also erstmal einen ganz normalen Curseplay-Punkt. Warum ist dieser Curseplay-Punkt, und das erkläre ich nochmal, das ist ganz wichtig, zu wissen, warum ist dieser Curseplay-Punkt auf dem Feld? Denn, ihr wisst, auch wenn ihr mit Curseplay rein arbeitet und dort Abfallkurse macht, dann müsst ihr auf dem Feld starten und von dem Feld runterfahren. So. Hier ist es so, wenn ich jetzt mit Autodrive arbeite, dann stelle ich zum Beispiel beim Düngen oder wenn er sät oder, ja, düngen oder sehen, das sind ja die zwei, wo er nachfüllen kann, oder auch wenn er halt, ich sage jetzt mal, dass es ein Grasfeld ist, dann kann er über diesen Punkt halt immer wieder hin und zurück finden. So. Er muss aber auf dem Feld sein, damit auch das relativ schnell geht, damit er den Kurs von Curseplay wieder findet. Daher ist er auf dem Feld. Und in Zukunft wird es also nur noch, wird es also dann einmal hier diesen Curseplay-Punkt geben, der relativ am Rand ist, aber auf dem Feld. Dann wird es diese, was ich eben gezeigt habe, wie im Ordner ADA, DCP, Feld 0,1 bis 33. Das sind auch Curseplay-Punkte. Und zwar, wenn man mit mehreren Dreschern auf dem Feld arbeitet und mit mehreren Abfahrern. Dass also die Abfahrer man einzelnen Dreschern zuweisen kann. das heißt, ja, dann fahren die nicht kreuz und quer und, und, und. Und, ne, dann ist der eine voll und dann muss er erst den Weg wieder dahin finden. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, dass ich für jeden Drescher einen eigenen Abfahrer habe oder auch zwei. Das funktioniert wunderbar. ist meine persönliche Erfahrung und, äh, das habe ich halt hier noch eingebaut. Hier sind also acht Abfahrer drauf oder hier kann man acht Abfahrer einrichten. Ihr seht, hier sind neun Spuren. Also, da ist also wirklich, ja, richtig, richtig Arbeit drin reingesteckt. Und das werde ich jetzt komplett nochmal überarbeiten. Aber wie gesagt, erst mal wird es jetzt nur, ja, bei den restlichen Feldern, die jetzt kommen, wird es also hier diesen Curseplay-Punkt geben, der hier am Rand ist. Diese werden auf den anderen Feldern, die jetzt noch fehlen, nicht geben. Dann wird es deshalb hier diesen, äh, Abfahrkurs geben. Auch der wird nicht komplett so sein, wie es jetzt hier auf den Feldern ist, sondern ich will das jetzt erstmal fertig bekommen, damit wir ein komplettes Autodorfnetz haben und dann wird es mehr Updates geben. Ich kann es im Moment nicht anders machen, weil, äh, wenn ich das jetzt noch alles so in dem Ohrn-Detail, wie, wie das jetzt hier der Fall ist, äh, auf den anderen Feldern auch noch mache, da bin ich noch ein paar Tage mit beschäftigt. Weil, ich sag mal, ne, du kannst nicht, äh, acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden nur Autodrive-Kurse aufnehmen. Das geht nicht. Da wirst du gaga bei. Ne, also, und, äh, von daher, das muss ich immer stundenweise machen und, äh, da muss ich immer was anderes machen, weil, ja, mittlerweile sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. So. Also, von daher wisst ihr jetzt Bescheid. Jetzt ist ja klar die ganze Folge rum oder fast schon rum und, äh, wir schicken den Kollegen mal, wir legen ja gerade zum Hof zurück. So, und das war Fahrzeughändler. So, dann haben wir mal wir gucken, so, hopp, Einfahrt und go. So, und ihr seht, aha, alles klar, da ist er und jetzt geht's los. Mal spannend, wie lange er braucht. Hä? So zeigt er jetzt hier keine Zeit an. Auch witzig, auch. So, gehört. Aber der fährt jetzt erst mal zurück zum Hof. Soll uns nicht weiter belasten. So, was haben wir noch geändert? Hier brauchen wir schon wieder Wasser, habe ich festgestellt. Den wollten wir noch zurückfahren zum Shop. Das werden wir jetzt tun, weil ich werde hier nicht weiter mit diesem Quarkteil hier arbeiten. Das werden wir jetzt eben schnell in der Folge machen. Dann wollen wir mal eben schnell hier den zum Shop zurückfahren. Das wäre eine gute Maßnahme. Ja. Und, ne, wenn es so bald schon nicht fertig bin, dann kann ich ja mal hier die Autoläufe ändern und die hier an mein Spiel hier anpassen. Aber, ja, das dauert halt noch ein bisschen. Ich schätze mal, ja, irgendwann wird es auch fertig haben, dass ich hier im Spiel das haben, was ich brauche. Weil, irgendwann wollen wir hier auch voll in die Ernte einsteigen. Und da wäre es also schon ganz nett und ganz schön, wenn dann alles komplett ist. Ja, komplett. Aber, ja. So. Montag. Eine neue Woche ist gestartet. Ich bin mal gespannt, was die neue Woche mir so bereitet. Letzte Woche habe ich mich dann hingesetzt und habe dann ein sehr beliebtes Thema halb für mich zu Ende gebracht meinen Antrag, meinen Rentenantrag gestellt und hatte wirklich alles fertig. Usha liegt noch hier. Da ist er. Und, ähm, hatte, habe den zugeklebt und dann kommt mein Sohn nach Hause und bringt mir die Post hoch. Da könnte ein neuer, neu schreiben. Wir brauchen noch mehr Dokumente. Da habe ich mir auch gedacht. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich mal dieses Thema aus dem Kopf. Ich kann mich jetzt wieder auf andere Dinge hier konzentrieren. Jetzt muss ich mich auch noch an das Thema kümmern. Also manchmal, ne, kommt es anders und zweitens als man denkt. Aber, ja, so ist es manchmal im Leben. Mein Gott, das war ganz schön. Die sich hier. Jetzt Maria. Warum das denn? Das Sonnenschein. Vor allem, es regnet mal nicht auf der Kornwelt. Das ist ja mal. Hat gar keine Musik an. Ihr macht hier Hallöchen, Pupöchen. Was ist das denn? Ach, Andy vergisst die Alice. Der Andy vergisst die Alice. Ja, echt unglaublich. So, sieht ja schon mal gut aus. Könnte ja mal diesen einschalten. Dann muss ich die ganze Zeit die Taste darunter drücken und nachher noch einen Krampf im Finger bekommen. Ja, was ich eben noch sagen wollte zum Wetter war eben mit meinem Sohn noch mit den Hunden draußen und also die Luft ist draußen unerträglich. Also diese hohe Luftfeuchtigkeit, dann noch die Sonne, die da noch knallt mittlerweile wieder. Ich bin reingekommen. Ich glaube, ich habe jetzt mal zehn Minuten gebraucht, um auszudünsten. So geschwitzt er war unglaublich. Also, boah. War heute echt erstaunt. Ein Bauer, der, also ich fand es echt mutig. Also wirklich, ich fand das mutig. Der ist über die Felder gefahren und hat geerntet. Also, beziehungsweise das Gras gemäht. Also, dass er nicht abgesoffen ist mit dem Traktor, war wirklich eine riesen Wunder. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass das Gras dort sehr hoch war und dass das Wasser mehr über das Gras weggelaufen ist, als wie das im Buden eingesickert ist. Also, ja. Ansonsten, glaube ich, ähm, wäre das auch nicht möglich gewesen. ihr seht zum Beispiel jetzt hier, hier habe ich also auf die, ja, das war nicht umgestellt, hier auf Nebenstrecken. Das wird alles mit den nächsten Updates kommen. Ach, hier ist auch wieder, oder? Hab ich schon geändert? mal, 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 hier drüben fahren würde, Nur mal so, ne? Das ist haarscharf, also, ne? Das wird nicht passen. Und von daher muss ich also den hier selber zurückfahren. Ah, schön hier wie die Brücke, ah, herrlich, oder? Das ist schon ein herrlicher Blick hier durchs Tal hier, ah, herrlich, herrlich. Oh, das macht ein Screenshotchen von Folge. Schwächeanfälle. Ich habe irgendwie nicht meine Taste richtig zu drücken. keine Ahnung. So, Itaba. Das geht so. Ja, ach so, dann gab es noch, äh, den einen oder anderen Kommentar, aber ich glaube, der geht in der nächsten Folge. Mal in der nächsten Folge. Oh, das, das, ah, nö. Das muss man mal ganz schnell ändern. Das geht so nid. Also, Freunde, so nid. Ah, ja, das ist ein bisschen kleiner hier. gehen wir mal eben hier rein. Ah, ah, doch, richtig. So. Was ist denn jetzt hier? Nee, das müssen wir nehmen, ne? Genau. So. Dieser Busch muss man da weg am Rand, er geht ja gar nicht. Da vorne ist noch so ein Busch. Die Busche hier auf der Straße stehen. Hallo? Sind wir denn hier? Das geht doch nicht. Nein. Auch hier. Ah, was ist das denn? Ah, da muss ich auch noch weg. Das ist ja mal nicht mehr feierlich. Feierlich, ja. So, gehen wir noch mal hier drauf. Vorsichtig hier, ne? Ich glaube hier gleich, da kann ich noch einer sagen. haben wir jetzt alle. Ah, ne, hier in der Kurve haben wir noch einen. Ja, jetzt, sorry. Sehr schön. So, weiter geht's. wo von hier aus kann man jetzt, äh, bis zum Händler kann man ja fahren. Fahr mal mit. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber, ne? Fahr mal mit dir. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich wünsche allen noch einen schönen Montag, aber Achtung! Um 18 Uhr kommt noch eine Folge von mir, ja, mit dem Handy, hier am Mikrofündchen. Und, äh, dann werden wir uns mal wieder hier um die Belange der Kornbelt kümmern. Und, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht es gut! Ich bin raus. Bye, bye!